Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Together Modded Minecraft Mit? Wieder mit den üblich Verdächtigen HD 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 Und der Herr hat voll vergessen die Musik ganz hoch Setzt eure HD-Brillen auf, weil sonst seht ihr alles nur verschwommen Wer keine HD-Brille hat, der sieht halt verschwommen, ne? Das liegt also nicht unter Aufnahmequalität, sondern daran, dass ihr keine HD-Brillen habt! Genau das ist der Grund, aber es ist doch HD Nein Nur wenn du keine HD-Brille hast Der Herr hat's vergessen, Cindy auszumachen Ja, das hast du gut beobachtet Also, so wie jetzt mal Vielleicht noch ein paar andere Sachen vergessen? Ich glaube, ich habe alle Wenn wir gerade dabei sind Ich glaube, jetzt habe ich alles Bist du eingeloggt auf dem Safer? Genau, hast du die Aufnahm-Software an? Hast du die Aufnahm-Software an? Fick die Waldfälle Äh, ne Äh, gut Kommt drauf an, ne? Ich hab nur 120 Grad Ah, wie viel? Also, ja, ist das laut Oh, ja? Na Leise? Pfff Ähm Ja Ihr redet wirres Zeug Gut vorbereitet Gut vorbereitet Äh Nehmen wir gerade auf, oder ist das irgendwie eine Vollidioten-Aufnahme? Nein Nein, das ist eigentlich die Voll-Aufnahme Oh Gott Genau, die Voll- Voll-Idioten-Aufnahme, ja Genau Und ich stelle gerade fest, ich muss meinen Aufnahme-Button auch noch auf was anderes setzen, weil nenne ich dann mache ich in Minecraft die lustige rote Linien Ja W Du kannst ja mal deinen Aufnahme-Button auf W oder S oder so Jaja, genau, ne, da ist eigentlich auf F9, aber auf F9 mache ich so lustige rote und grüne Striche an Das sind die Chunks Ja Ist mir scheißegal, was es ist, es geht mir auf den Sack Wo ist ein Lappen? Lustige rote-grüne Striche Aha Äh, was man jetzt hier sieht, was ich jetzt gerade gemacht habe Kann ich auch sehen Weiß wir meinen, wie die überhaupt hochladen Äh Hoffe doch Warte, bin ich eigentlich der einzige, der jetzt nur aufnimmt? Ja, nein Okay Ähm Ich habe jetzt hier einen Carpenter Mhm Und eine electrical engine, die von hier aus und von dem Generator mit Strom gespeist wird, auch wenn der müsste ganz funktionieren So professionell angebracht aussieht Ja, natürlich Habe ich gemacht No fuel Replace this machine's fuel supplies Muss ich deine Batterie reinsetzen? Das weiß keiner Wo denn? In die electrical engine Nein Ich habe da jetzt hier unten Die brauchen noch ein Signal Die brauchen noch ein Signal Was braucht sie? Redstone Ah Wo hast du euch jetzt immer Dein ganzes Strick eingelegt? Ja Dein ganzes Strick Ah Ich schaue es mal hier oben Ah Aber ich glaube die kriegen nicht genügend Strom Kann das sein Das ist egal wie viel du dran machst Dann bringt die halt mehr oder weniger Gut Die saugt Strom wie Karacho Äh Gut, dass wir so viel davon haben Mein B-Analyzer wird gerade gebaut Ich verbrenne da gerade Holz Okay Das ist schön Aber ich produziere jetzt trotzdem meinen B-Analyzer Der hat hier zwei Glasspanes Vier Tin Redstone Und einen Diamond Man sieht es auf dem Screen Und man muss ein bisschen Wasser drin haben Was würde ich den brauch, weiß ich schon gar nicht mehr, aber Ich brauche Ich brauche Profi Profi Carpenter Civil Äh Das Ganze kann man natürlich auch mit der normalen Redstone Äh Redstone Angelbone Aber ich glaube die ist nicht so gut starten Wie war das? Ja, die bringt halt fast nix Ah, aber ich glaube die Musik ist in Ordnung Ja, Musik habe ich gar nicht an Ist aber klimafreie Musik Ja Ja Natürlich gehe immer frei Wenn ich jedes Mal wieder dieses Drecksdinger abbaue Gut Ich würde keine rohen Kartoffeln essen, das hat aber nicht Ahhhh Wir haben sogar keine Kartoffeln Doch, ich habe welche mitgebracht Doch Ja, wir haben noch keine angebraut Was heißt denn du? Wir, du Arsch Ich habe die mitgebracht Moment mal, eigentlich habe ich sie nicht mitgebracht, weil du gestorben bist Ja Wo sind die? Frag ich dir nicht Das sind meine Kartoffeln Ja, ich sollte sie vielleicht anbauen Ich mach das schon, mach du deine extra Bienenscheiße da weiter Ich bin grad beim Futter machen Ich mach jetzt ein Feld und baue dann Ich mach jetzt ein Feld und baue dann Ich glaube Dein Rechner verpackt kein Minecraft zum Aufnehmen Ach, daran gewinnt er sich Nee, ich kriege tatsächlich Framedrops auf 18FPS Normal Ja, und da habe ich früher immer gespielt, na und? Ja, nicht ich schon, sondern die Aufnahme Das finde ich ja schön Das ist das Problem Ich weiß grad nicht, woran das liegt An der Aufnahme? Nee, ich habe... Hey, 5 GB Arbeitsspecher ausgelöst Das ist gar kein Problem, hallo? Ich würde auch sagen, ab 5 GB ist das Thema Hoch Hm Hm Nicht das Problem Ich bin eigentlich grad eher beeindruckt, dass mein PC so leise ist Hast du jetzt den neuen Lüfter schon eingebaut? Ja, nein, 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 nein... Nein, 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 nein... Also leise ist jetzt halt so betrieben aber ich hör noch, ich hör euch noch Also meiner klingt grad wie eine Flugzeugturbine ... also, ich denke man, meiner ist gut dabei Oh, schau, eins ngày Also meiner ist dagegen leise Ja, also ich würde ihn jetzt nicht leise nennen Und ich habe hier einen Bee Analyzer Das musst du uns sagen Du musst uns das jetzt nicht vorlesen Ich muss also eine Doch, bitte Ich habe doch hier irgendwo Wir haben doch hier irgendwo Hat irgendjemand verstanden Wie dieses Holz gesetzt wird? Dieses Rot wird Äh, random Ernsthaft? Nein Es wird tatsächlich in eine Richtung, glaube ich, gesetzt Aber das ist ein bisschen merkwürdig Genau, das ist das Problem Vielleicht macht random doch Sinn Hm Ähm, ja Ähm, ja Ähm, ja Oh Mann Behaltung auf höchstem Niveau Ja, auf jeden Fall Heute mit äh, blö, blö Wir können auch KINGO nicht Also ich kann's noch nicht. Aus Schluss? Nee. Aus einer Zentrifuge. Tripping. Calm. Mag ich mit Flecky Wod fetzen? Ja. Ja, ich... Die Erklärung ist top. Es mag quasi Sinn, wenn man meinen Bildschirm sieht. Flecky, ich bitte darum, dass du mehr Mods vorstellst. Ja, natürlich. Das ist ja mein Plan. Es macht alles Sinn. Zumindest manchmal. In einem Paralleluniversum vielleicht. Nein, ich hab grad geguckt, wie ich Honeycrick oder Honeydew und das ist alles müssig. Was? Ich hab grad den Chrome zugemacht, damit ich mehr RAM hab. Was? Ich hab mit Chrome irgendwie 30 Tabs offen und deswegen überfrisst der RAM wie ein... Da bist du nicht überkommen, ne? Du musst einfach mich hier mit TeamView verbrechern lassen, der machte die alle zu lang. Ja! Ich weiß. Das hab ich nie mit TeamView gemacht, das mach ich immer nur live. Ja, er kam zu mir nach Hause, setzte sich in meinen Chefsessel rein, hier am PC und wollte irgendwas nachgucken. Was macht er als erstes im Browser? Tabtu, 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 Tabtu. Ich denk mir so, hakt's bei dir ab? Das ist so dreist, ne? Also, Eric auch gemacht. Das ist so dreist, ziemlich... Ja. Glaub ich doch, oder? Ich glaub schon, ja. Bei dir auch. Du hast es bei mir einmal über TeamView gemacht und einmal auch live, ja. Ey, das ist doch voll cool, oder? Ja, ist total toll. Ja, ist ein... Ja, wie kann man noch 13 Tabs aufhaben? Es wird auf dem Grunde, wenn man rechtlich kombiniert, sind alle meine Tabs sowieso, ja. Da waren so viele Tabs auf, ich hab die mal zugemacht. Ja, wozu brauchst du die auch? Ja eben! Warum hatten wir so viele Tabs auf? Ja! Weil das mein Ersatzfehler Lesezeichen ist, Mann. Ja, also... Du... Was glaubst du, wofür Lesezeichen erfunden würden? Ja, ist das egal. Um Tabs aufzuhaben. Ja. Ach. Doch. Reicht. Hm. Hm? Hm? Und vielleicht schaffen wir es auch nächste Woche, etwas Sinnvolles für diesen Mod beizutragen. Ja. Ja, ich arbeite hier halt gerade und mach mir Bronze und bla und blub und keine Craft und Zähne. Ja, dann sag du auch, was du es brauchst. Du... 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 Ach man... Und... Riku, du brauchst das Lager weiter, wie aufregend. Ja. Das freut mich. Ich baue ein Dach. Echt? Haben wir kein... Haben wir... Haben wir kein... Äh... Arbeitshaus mehr? Doch. Wahrscheinlich einige noch. Ach ne, die waren nur draußen. Also Riku und ich haben massenweise welche geholt. Wie alle wären würde ich mich langsam echt wundern. Ja. Außer wenn Micheli gebraucht hat, dann verstehe ich, wenn sie weg sind. Was soll ich die denn brauchen? Ich weiß es nicht. Du... 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 Ja... Ja... Ist okay, ja... Beleidigt mich, oh... Ja... Halt die Frisse. Nehm hier einfach mal die Lava-Size raus. Dass noch... 4 Stacks oder so sind... Wow... Nur noch? Ja... Ja... Hier läuft ja alles die ganze Zeit. Haben's ja auch. Dicke. Wir blasen da ja... Unmengen Energie in Öfen, die allein den ganzen Tag laufen. Dann brauchen wir ja so langsam mal Polar. Ich hab's ja im Macerator. Ähm... Ich hab' ich gar nicht, die Öfen sind genauso an. Stimmt, die laufen... Sind's... Erne? Äh, Dings? Ja... 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 Irgendwas wollte ich hier, deswegen bin ich hierher gelaufen. Eine Zentrifuge! Ja, 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 ja... Schweinewacke. Ja... Ich hab' ja eh die Schweinewacke, genau. Kompliziere ich den Abo von Deihard und... Sicherlich, sicherlich. Sicherlich, sicherlich. Äh... Da hin! Da hin! Da hin! Ey, das geht mir hier so auf'n Geist grade draußen, unter dem Vulkan, weil da dieses Loch drunter ist. Black Quarry... Und... Bläh... Bläh... So... Dab... Dab... Klingt ihm vollmongut so, ey. Och... Ich hätte sich da was gegen gehabt, aber... Kannst ja gut integrieren. Ja... Ja, ich muss grad sagen. Endlich zuhause. War ja bei dir zuhause, deswegen kenn' ich das ja schon, ne? Genau. Mh... 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 Ja... Kann mir dann natürlich irgendwie... Mh... Da denk' ich grad schon wieder an Grillen. Hm... Oh, klasse Grillen zu Frühstück! Ja, jeden Tag wieder... Endlich nur jeden Tag, sondern so jede Mahlzeit! Ja... Es gab keine Mahlzeit, zu der wir nicht gegrillt haben! Äh, doch die letzte! Oh, alle hab' ich mitaks dazwischen... Wie die letzte! Wir wollten ja noch nen Döner eigentlich anwerfen und... Ja, aber das hat nicht mehr... Riki ist schuld! Ja, ich hab's vergessen! Okay! Ähm... Genau! Was wollte ich denn tun hier irgendwie? Ja, das geht mir genau so! Ich hab hier irgendwie... Das ist halt Glas wollte ich mit dem Sand machen, jetzt. Äh... Wird das flirren? Ja... Oh Gott, ernsthaft? Ich hab' das, hab' ich alles gebraucht... Weil hier Zeug drauf muss! Das war das! Ich hab' grad'n Geist runtergeholt... So... ...meinem Dings... ...bete! Bei deinem hohen Ross! Hey, ist... Bei Kingdom! Hast du ernsthaft'n Flachdach drauf, ey? Ja! Hast du was gegen Kingdom? Aber so flach ist es doch nun auch nicht, ey Ja, und hier echt Ah, retarded Wenn du ein besseres warst, baue es Wo dann noch Maschinen drauf können Oh ja, ist die Krille direkt drunter Das ist awesome, super Wenn ich dieses Redwood nehmen Um Piste näher zu stellen Krieg ich das kurz angezeigt und dann verschwindet es Oh, so Hat irgendjemand die Säge? Nimm halt anderes Holz, du Held Mach ich grad Hat irgendjemand die Säge? Kann ich sie haben? Ja Verlierst ihn unter dir Ich hab's dir in den Kisten gemacht Hätte er werfen können Ich weiß, ich bin aber runtergefallen Das ist natürlich sehr, sehr gut Achso, also wärst du extra runtergekommen Nee Du hättest das anders dann auch, weißt du Nee, nee, ich bring dir das runter Hallo Das wär zu einfach Äh Dafür kann ich so Hm? Das Cover So, dann kann ich das hier machen Und dann machen Und dann machen Und dann machen Dann sieht mein Hausbemeistung aus Und gear Und dann gear Und dann gear Na ja, schon ein bisschen Hast du jetzt Glas Habe hin gemacht? Äh In der Erzinden Und wievieren Folgen war ich euch an diesem Haus? Och, du sollt einigen Du machst ja sonst nichts anderes, ne? Also ein bisschen Farm noch Äh Das war übrigens Kritik Ich... Ja und? Positive Kritik Aber wir sind schon am Ende angelangt Ich mein, was... Was macht der denn hier? Wir sind schon am Ende angelangt Das stimmt aber ich Wir sind schon am Ende, ja Das sie gut aufgepasst bleibt Und dann... Das Ende ist nah Das habe ich wohl Und damit verabschieden wir uns wohl schon von dieser Folge Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Ich kann jetzt noch unauffälliger diesen Standardsatz bringen Ja Please subscribe Nein